Diese Stiftung Spazierengehen, die soll dafür da sein, den Körper zu bewegen und bei dem Spazierengehen seinen Geist und seine Seele zu erholen. Es kommt außerdem bei unserer Stiftung auf die Ehrlichkeit an und ich glaube, dass es in diesem Sinne mehr ehrliche Menschen gibt, als wir vermuten. Aber einen Erfolg haben wir nur, wenn Hunderttausende daran teilnehmen.